Die Illusion und die Verheißung eines unendlichen, sprich ewigen Lebens. Bisschen schwülstiger Titel. Aber ich liebe ja verschiedene Titel und versuche das auch immer sehr vielseitig zu gestalten, möglicherweise vielseitig. Einerseits wissen wir ganz genau als Menschen, dass wir endlich sind. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Großeltern gestorben sind, dass nahe Verwandte gestorben sind, bekannte, gute Freunde, Menschen in der Welt, die jeden Tag in Deutschland sterben. Ich glaube natürlicherweise so pro Tag drei bis viertausend Menschen, ich glaube so um die dreitausend Menschen herum normalerweise. Das ist die normale Sterblichkeit und wir haben so etwas an statistischem Begriff wie eine Übersterblichkeit, wo man sagen kann, jetzt entsteht eine Übersterblichkeit. Übersterblichkeit beispielsweise durch sehr heißes Klima und sehr heiße Wetterbedingungen und so weiter. Aber der Tod, das möchte ich damit sagen, der Tod ist eine Tatsache. Der Tod der Fliege, die du gerade aus Versehen totgeschlagen hast. Du schlägst ja keine Fliegen mit Absicht tot, denke ich mal. Also Menschen, die das tun, die sind schon irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich meine, es ist eine Möglichkeit, ganz klar. Jetzt kann man da unterschiedliche Einstellungen dazu haben, zu sagen, so ich töte Wespen, die ja auch zum Beispiel unter Naturschutz stehen oder eben nicht. Also der Tod überall, bei jeder Kreatürlichkeit, ob im Krieg, ob in der Verwandtschaft, ob eines natürlichen Todes, voll erfüllt am Ende eines Lebens, sagen wir mal so mit 90, wo du zurückblicken kannst und unter den Baum gelehnt bist und dir das nochmal anguckst und deine Lieben um dich herum sind und du einfach die Augen schließt und tot bist. Oder ob brutalerweise ein Unfall passiert oder Gott weiß was. Also der Tod in sehr unterschiedlichen Formen, der uns begegnet und den wir gerne verdrängen und den wir auch verdrängen müssen. Und natürlich auch diese ewige und ständige Auseinandersetzung jeglicher lebendigen Existenz. Was passiert im Tod? Wie klammere ich mich an das Leben? Oder haben Tod und Leben etwas miteinander zu tun? Also diese Auseinandersetzung mehr oder minder, die wir ständig betreiben. Das endliche Leben auf der einen Seite, der Tod ist gewiss, das ist jetzt wirklich eine Gewissheit. Und andererseits glaubst du das nicht. Oder andererseits glauben wir das nicht oder wollen das nicht gerne glauben. Oder es ist vielleicht tatsächlich so. Dass etwas über den eigenen Tod, der tatsächlich gewiss ist, eine Ahnung davon ist, dass da etwas weiter geht. Das hat ja damit zu tun. Etwas geht weiter. Also wir haben die Ahnung davon, zumindest die Ahnung davon als Menschen, dass etwas weiter gehen kann. Wir wissen es nicht genau. Und das ist ja oft so im Leben, dass wir Dinge nicht genau wissen. Aber wir haben eine Ahnung davon und damit durchaus im Sinne einer Illusion, eine Illusionsmöglichkeit. Und eine Illusion ist ja auch etwas, dass das noch anders sein könnte. Oder auf der anderen Seite, dass es sogar eine Verheißung ist. Eine Verheißung. Und Achtung, was ich hier mache, ist keine Predigt über, sei getrost, du wirst in den Himmel kommen und du wirst auferstehen oder solche Dinge. Das hat damit nichts zu tun, sondern es ist möglicherweise die gedankliche Annäherung, die assoziierende, die gefühlsmäßige Annäherung an das, was vielleicht ist. Das ist ja hier der Sinn der ganzen Geschichte. Das heißt, einerseits haben wir Angst vor dem Tod. Die Angst motiviert uns für unser Leben, positiv oder negativ. Andererseits haben wir eine Illusion, dass wir nicht enden, dass wir eigentlich nicht enden können in dem Sinne. Und dann begreifen wir vielleicht, dass wir natürlich individuell enden. Und dann kommt etwas anderes, was über das Individuelle hinausgeht. Im Sinne meinetwegen des Begriffes höheres Selbst oder was auch immer das ist. Oder aufgehen in eine große Seele oder sonstige Dinge, die ganz stark natürlich spekulativ sind. Und insofern selbst der Tod eines individuellen Lebens nicht schlimm ist, weil ja dann etwas anderes kommt oder etwas anderes geschieht. Also einerseits haben wir diese Illusion und wir haben diese Ängste. Und andererseits durchaus eine bestimmte Gewissheit oder eine bestimmte Verheißung, dass das Leben eigentlich unendlich ist. Dass das eine so endet, wie jetzt gerade die Sonne untergegangen ist. Und dann endet das und dann kommt die Nacht, wie auch immer die Nacht aussieht. Und am nächsten Morgen kommt die Sonne wieder, wie es immer ist, in den ganzen Himmelsgestirn, es kehrt etwas wieder, die Dinge drehen sich. Sie sind rund in dem Sinne und das Runde ist ja etwas sehr rudimentäres grundsätzlich. Etwas sehr, in dem Sinne Archetypisches oder Ursprüngliches, das ständig wiederkehrt. Und insofern ein ewiger Kreislauf vorhanden ist, in dem natürlich das Individuum stirbt, aber andererseits etwas von diesem Individuum wiederkehrt und wieder da ist und alles eigentlich aufgehoben ist und das eigentlich ein unendlicher Zustand ist, der nicht wirklich bedeutet, dass wir sterben. Nicht wirklich sterben in dem Sinne, wie natürlich, um das nochmal zu sagen, ein individueller Tod ist. Also es ist, wie gesagt, ganz gewiss, dass wir sterben. Der eine früher, der andere später. Es gibt sehr unterschiedliche Umstände und wir sind deswegen auch traurig und betroffen und können es gar nicht fassen. Wir können es auch nicht fassen als Menschen, wenn jemand gestorben ist. Nicht der erste Moment ist, wenn man das mitgeteilt bekommt oder gerade sieht, dass man es nicht wahrhaben will. Und dass man es auch nicht glaubt. Und das hängt eben damit zusammen, dass etwas wahrscheinlich immer weiter geht und immer weiter formt und insofern nichts ausgelöscht ist und eigentlich auch nichts, keine Individualität, in dem Sinne über die Individualität hinaus ausgelöscht werden kann. Das Individuelle sehr wohl, also das sehr persönlich gemeinte sehr wohl, aber das andere eben nicht, das, was eben dann daraus wird. Das ist ja so eine entscheidende Auseinandersetzung, die wir als Menschen immer wieder tun. Und die unzählige Spiritualitäten und Philosophien und sonstige Dinge tatsächlich auch, mit denen sie sich auch immer wieder beschäftigen. Das heißt, es ist einerseits tatsächlich die Verheißung, um das nochmal ganz glatt zu sagen, eines unendlichen Lebens, das aber nicht individuell weiterbestimmt ist, sondern dann eben kollektiv, systemisch oder wie wir es auch nennen wollen, tatsächlich existiert. Das ist das, was im Christentum als Paradiesverheißung bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite ist es eine Tatsache, dass unser Leben endet und tatsächlich abgeschlossen ist und als individuelles Leben erledigt ist, um das so zu sagen. Und deswegen existiert in uns tatsächlich auch die Illusion. Also wir wissen, das individuelle Leben ist nicht mehr vorhanden. Und andererseits wähnen wir, ahnen wir, sind wir damit verbunden, dass noch etwas anderes ist und etwas anderes existiert. Also der eigentliche Verlust, den wir so bedauern und betrauern, bei dem Ende eines individuellen Lebens gar nicht vorhanden ist. Und deswegen leben wir, um das nochmal zu sagen, in der Illusion, dass unser Leben immer weitergeht. Deswegen glauben wir eigentlich nicht, dass wir sterben. Deswegen sind wir in jedem Moment unserer Existenz, in jeder Alltagssituation da drin und denken, ja mei, das geht jetzt weiter und haben dann eben auch keine Angst, dass wir im nächsten Moment schon tot sein können oder in absehbarer Zeit oder sonst was. Das ist der Punkt. Und einerseits eben diese Unklarheit und die Erschütterung dieses individuell Endlichen, was wirklich eine ganz krasse Tatsache ist und ist auch sehr wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Und andererseits eben die Transzendenz dessen, was dann eben folgt und was immer weiter folgt. Und deswegen haben wir die Illusion, wir könnten immer so weitermachen und glauben das nicht, dass ein Leben endet, weil ja irgendetwas in uns ist, was weiß, dass da noch etwas anderes ist. Das ist der Punkt. Und insofern ist es gleichzeitig eine Illusion und eine Verheißung. Es ist eine bittere Tatsache, eine unumstößliche Tatsache und andererseits tatsächlich die Erlösung gleichzeitig, dass da etwas anderes eingeht, dass also nichts in dem Sinne auslöschbar ist. Wenn wir jetzt simple physikalische Grundgesetze betrachten, dann ist es so ein Energiegrundsatz. Es gibt ja schöne Grundsätze, das finde ich sehr faszinierend in der Physik, die eben sagen, es gibt ein Energiegleichgewicht, Energie endet nie. Also eine Energieform entsteht aus der anderen Energieform und Energie kann nicht verloren gehen. Und allein dieses Grundgesetz, physikalische Grundgesetz, beweist uns oder zeigt uns eigentlich, dass gar nichts irgendwo endet, sondern dass es ewig weitergeht, wo auch immer das ist und wie auch immer das aussieht. Und dann können wir davon natürlich naive Auffassungen haben oder weniger naive Auffassungen haben. Wir können uns belehren und wir können dies glauben, jenes glauben und so weiter. Das ist egal. Und insofern leben wir wirklich als Menschen in der beständigen Illusion des Nicht-Ausgelöscht-Werdens, sondern eben der Illusion eben auch, wir könnten nicht ausgelöscht werden und wir sterben trotzdem, das ist ein Widerspruch tatsächlich auch oder etwas Duales in dem Sinne und auf der anderen Seite die Verheißung, es geht immer weiter. Insofern ist es wichtig, dass wir einfach das Leben so schöpfen und das Leben so nehmen, wie es ist und uns nicht Angst machen lassen, dass uns jemand prognostiziert, ja, du hast noch das und das oder jenes, was fatalerweise immer wieder auch stattfindet, finde ich persönlich, sondern zu sagen, mein Gott, lebe dein Leben und wenn es jetzt gerade vorbei ist irgendwo, dann ist der Moment gekommen. Und das ist natürlich erschütternd, nicht für denjenigen, der stirbt, sondern für denjenigen, der mit ihm ist oder der ihn eine Zeit lang begleitet hat. Aber letztendlich ist es ein, ja, daraus gehen und eben ein Weiterleben in dem Sinne, das niemals endet, wie auch immer das Weiterleben dann aussieht. Und davon gibt es, wie ich sagte, wahnsinnig viele Konzepte, die wir uns eben gedanklicherweise zurecht konstruieren als Menschen. Und insofern ist das erschütternd einerseits und andererseits eben tatsächlich befreiend und erlösend.